So, hi Freunde, erkundigt, also jetzt diesmal erkundigt, wie das jetzt hier weitergeht. Also, ich muss jetzt mal schauen, ich weiß nicht, ob das mit dem hier geht, aber ich teste das, glaube ich, einfach mal. Okay, ich sah hier hin und... Nein, sieht nicht so aus. Okay, Moment. Dann lerne ich das hier eben mal. So. Das sieht schon besser aus. Okay. Eins. Zwei. Drei. Gut. Ja. So einfach ist das hier in Skyrim. Und der Flerasa kriegt es dann doch nicht hin. Super. Das war Epic Fail. Das kommt unter die Top Ten. So. Wo muss denn das hin? Ah. Ah. Zwei mal noch. So. Und. Nein. Das muss jetzt eine Runde noch. Verdammte. Haha. Oh Mann. Ja. Glück. Warum hast du mich verlassen? Okay. Okay. Ich hab einfach die falsche Magie genommen. Das muss man auch erstmal wissen. Hat nur gesagt, bei Kälte und bei Wärme. Ja, super. Ja, super. Ja, jetzt mach ich jetzt nicht mal. Hier ein bisschen. Für ein bisschen Bewaffnung, muss ich erstmal sorgen. Ähm. Okay, das finde ich irgendwie nicht blind. Nehmen wir das mal und. Das mal unter die Favoriten. Und ganz vergessen, das hier auch. So. Okay, fragen wir den jetzt mal. Achso, er redet schon. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Ja, dann geh raus hier. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Soll ich ihn behindern? Nein. Lassen wir das. Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch. Ähm, ja, ihr solltet euch etwas beruhigen. Sicher. Ihr und eure Akademie haben Jahre meiner Arbeit zerstört. Ich habe Freunde und Kollegen an die Falmer verloren. Und ihr wollt, dass ich mich beruhige? Wie habt ihr es gemacht? Ich habe nichts getan, das schwöre ich euch. Ihr müsst aber irgendetwas tun. Es gibt keine andere Erklärung. Ja, ich habe diese Dinge verschoben. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich mächtiges. Nein. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Nein. Was ist es? Es ist keine Atombombe. Ähm, wir haben da vielleicht etwas. Na sowas. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn man das berücksichtigt, ergeben die Resultate gleich viel mehr Sinn. Hm, hm. Ja, kannst du mir jetzt irgendwie helfen, diesen blöden Stab zu finden oder nicht? Der Stab, ja. Interessant. Hm. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Ja, stellt uns hier für dumm hin. Diese Reden können wir zwar nicht. Aber dumm sind wir nicht. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Natürlich. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um der Perinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Sirodil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Das kann ich euch versichern. Ja, das glaube ich auch. Ähm, also befindet sich dieser Stab jetzt in Labyrinthion. Was für ein Name. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja. Natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Ja, das gehört uns aber schon. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Okay. Das verstehe ich nicht. Du bist irgendwie crazy. Bin ich das? Bin ich das? Nein. Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Ja. Schnell weg hier. Ist bestimmt so irgendein Taliban-Attentäter. Ey, lauf mir nicht näher. Okay, wir müssen... wieder raus hier. Okay, ähm... Mal schauen. Nicht schnell mal hier rauskommen. Nein, keine Ausdauer mehr. Ich glaube, dass uns da jetzt irgendwas erwarten wird. Ich habe so ein dumpfes Gefühl. Eigentlich haben wir ja alle erlegt, aber man weiß ja nie, wie das... Also, okay. Ich dachte, es wäre eine Truhe. Ja. Ähm... Wo kommen wir denn hier? Ach, genau. Genau. Ja. Craps und seine neuen Dateien. Das ist doch so... beliebt bei uns. Und... Oh, diese Viecher. Wenn ich hier schon sehe. Ach. Dann kriege ich's kotzen. Und raus hier. Mehr oder weniger. So, weiter im neuen Raum. Natürlich automatisch speichern. Wichtig. Aber... Warum zur Hölle müssen wir... Oder... Andere Frage. Müssen wir... Müssen wir... Hier... Ne, müssen wir nicht. Ähm... Doch, müssen wir. Wir müssen hier raus. Okay, dann muss ich jetzt erst mal schauen... Wie wir hier rauskommen. Au. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich hasse... Diese Drecks... Mist... Viecher. Mein Gott. So. Vergiss es, Mann. Okay. Aber ich glaube, hier sind wir... Auch etwas... Ähm... Na toll. Mach ich denn jetzt? Ich glaube, das hier hau ich mal raus. Muss wieder verkaufen. Natürlich. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Hier anscheinend. Ich muss aber eher da rüber. So, ich will hier unbedingt hier raus. Jetzt unbedingt. So schnell wie möglich. Zwar alles ganz nice und so, aber... Das ist doch ein bisschen zu... Strange. Zu. Extrem. Strange und ich höre Schritte. Ich bin paranoid. Wie ist das jetzt? Ich schätze mal, das ist... Diese... Dieser Mechanismus. Okay, wir müssen... Ah, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Aber wo genau muss ich denn da jetzt... Ach, hier. Und hopp. Boah, ist kalt da. War... Sowas von klar. Oh Mann, ey. Ich glaub das nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Kann ich jetzt? Ja, jetzt. Ich nehm jetzt nichts mehr auf. Kein bisschen. So, ich glaub dieser Part wird etwas länger. Boah, das macht ja nix. Mach jetzt grad noch, bis wir ja draußen sind. Kann ja nicht mehr lange dauern. Kann ja nur noch um Stunden... handeln. Ähm... Nach... Hier. Nach links. Nach hier. So, es werden auch demnächst... Was heißt demnächst? Äh, ja, ich nehm dieses Video jetzt gerade... Am Stück auf. Also den letzten Part in diesem Part. Ähm... Aber es wird diese Woche noch... Zwei neue Projekte geben. Werden starten. Seid gespannt darauf. Ich freu mich auf jeden Fall richtig darauf. Das wird ein richtig geiles LP. Zwei Stück. Das sind richtig geile LPs. Ähm... Badum, 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 badum. Also das sieht hier irgendwie alles gleich aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich schätze mal... Warte mal, warte mal. Ähm... Was ist denn da hinter? Ach du Scheiße, ist das lang. Ich glaube, jetzt kommen wir hier raus. Das sieht schon besser aus. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Gnadebildschirm. Das gibt's doch nicht... Ja, aber dann sind wir draußen. Nach diesem Weg und dann sind wir draußen. Okay. Ja, neue Fraps-Datei. Das muss sein. Leider. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. So, bitte uns lieber aufpassen. Das Teil hat mich gar nicht getroffen. Hab ich mir irgendeinen Noob gebaut. Ne, da geh ich jetzt nicht hin. Ähm... Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht rein, aber... Auch gut. Auch nicht schlecht, aber das andere ist besser. Sonst irgendwas vergessen? Ne. Wo geht's denn dann jetzt hier lang? Äh... Ach so. Hier irgendwie. Okay, ich glaube, ich hab übelst gefailt. Ähm... Ganz kurz. Ich glaube, ich... Save hier das Game eben mal. Und lade mal kurz... Wo? Hier vielleicht. Das lade ich eben mal kurz. Ich glaube, das war jetzt schon wieder so ein Mega-Fail. Hab so ne Vermutung. Ach, da haben wir das noch gar nicht gemacht. Dann... Moment. Was ist das jetzt? Ne, das ist da. Okay, dann gehen wir mal zu... Nein. Ich will hier hin. Ja. So. So. Ich denke, dass es einen viel schnelleren Weg gibt. Ich weiß es nicht. Oder... Mal kurz überlegen. War da in diesem Raum... ...mit diesen Spiegeln... ...irgendeine Tür? Ich kann mich nicht entsinnen. Okay. Dann wieder zurück. Das war jetzt schon wieder so ein Fail. Ich glaube, hier bin ich... ...fast richtig. Hier muss ich hin. Genau. Okay, dann müssen wir hier irgendwie vorbeikommen. Dann schätze ich mal, dass wir hier hoch müssen. Und dort weitergehen müssen irgendwie. Ja. Sieht gut aus. Okay, ich dachte jetzt, dass es irgendwie... ...da so eine Art Portal ist in diesem Raum. Aber... ...anscheinend doch nicht. Dann habe ich also gerade selbst einen Fail produziert. Obwohl es gar keinen Fail gab. Anfangs. Super Leistung. Ähm... ...da lang. Hier bräuchte man echt so ein... ...Navigationssystem. Verläuft man sich noch? Ich muss hier raus. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Ja, nicht mehr lang in Anführungszeichen. Aber dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr mich für diesen Part los. So, ähm... ...nei, da geht's nicht hoch. Wie war denn das jetzt einfach geradeaus, glaube ich? Ach, da waren noch die ganzen Spinnen hier. Hm. ...die guten alten Zeiten. Vor fünf Parts. Hm. Wieder neue Datei. Also, ich sehe nicht viel Unterschied von dem... ...also von der Gegend hier jetzt gerade. Also... ...als... ...ganz am Anfang. Und es sieht alles irgendwie echt... ...eins zu eins... ...fast gleich aus. Das war irgendwie eine komische Falle. Hat gar nicht geklappt. Na egal. Zu unseren Gunsten. Endlich... ...dürfen wir... ...hier raus. Puh. Das ist... Oh Gott. Wir müssen wahrscheinlich da wieder rein. Darauf wette ich. So, dann machen wir das jetzt eben. Hier. Nee, das will ich doch gar nicht jetzt... ...äh... ...entfernen. So. Ja. Da reißen wir mal schnell hin. Und dann wende ich eben... ...grad mal den Part. Ja. Ihr braucht jetzt nicht in die Kommentare schreiben... ...dass es ein Fail war. Das war einfach ein Fail. Genau wie der letzte Part. Das sind alles Fails. Und ja... ...das macht aber... ...das Let's Play aus. Also ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.